Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei unser Sammlerteam. Auch in diesem Jahr möchte ich euch den OIA Figurenkatalog 2021 vorstellen. Dieser ist für 13,95 Euro erschienen und kann überall im Buchhandel erworben werden. An dieser Stelle einen kurzen rechtlichen Hinweis. Das Video ist nicht gesponsert, keine Werbung und ich erhalte keine Gegenleistung oder keinen kostenlosen Katalog dafür. Den Katalog habe ich also selbst erworben und bezahlt. Und jetzt zeige ich euch einige Seiten im Katalog. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier bei unser Sammlerteam. Euer Stefan.